Das heutige Video wurde inspiriert von einem Lieblings-DIY von mir, das eigentlich immer so ein Sommer-DIY von mir ist, vielleicht auch noch so ein Herbst-DIY und zwar mag ich Fadenbilder sehr gerne. Ich mache die immer auf Holzscheiben mit Nägeln und verschiedenen Garnfarben und wie gesagt eher im Sommer und im Herbst, aber jetzt kam so der Gedanke, kann man das nicht auch vielleicht zur Weihnachtszeit, zur Deko nutzen? Wie wäre es zum Beispiel mit so einem richtig schönen, goldenen, leuchtenden Stern? Ja, das geht und wie und was du dafür benötigst, zeige ich dir jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Was du an Material und Werkzeug für dieses DIY benötigst, habe ich dir hier mal aufgelistet und dann geht es direkt los. Ich arbeite hier mit solchen Holzklötzchen, das sind genau genommen Parketthölzer, die werden aber super gerne zum Basteln verwendet und sind schon so abgelenkt. Und die verbinde ich jetzt an der Seitenkante mit ein bisschen Holzleim. Ich trage den immer sehr gerne mit einem Pinsel auf, weil dann lässt sich die Menge des Leims einfach sehr gut portionieren. Jetzt alle Parketthölzer miteinander verbinden und so quasi ein eigenes Holzbrett bauen. Ich habe hier mit neuen Holzklötzchen gearbeitet, du kannst aber natürlich auch ein Brett in deinem Format bauen. Anschließend den Leim gut trocknen lassen. In der Zwischenzeit habe ich mir ein paar Nägel rausgesucht und besprühe die jetzt mit goldenem Sprühlack. Wichtig ist, dass die Nägel einen breiten Kopf oben haben und nicht zu kurz sind. Und die schlage ich jetzt mit Hilfe einer ausgedruckten Sternenvorlage in mein fertiges Holzbrett ein. Insgesamt benötigst du 10 dieser Nägel. Achte darauf, dass du sie in der Höhe alle gleichmäßig tief einschlägst und dass die Nägel wirklich gut und sicher im Brett stecken. Sobald alle Nägel sitzen, kannst du jetzt vorsichtig die Papierschablone unter den Nägeln herausziehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich lege das jetzt auf eine Unterlage zum Bohren und bohre mir jetzt hier an einer Stelle ein kleines Loch, gerade groß genug, damit eine LED von meiner Lichterkette hindurch passt. Kurz testen und dann machen wir direkt weiter. Wir wollen ja jetzt eine Verpackung noch bauen für die Batteriebox. Da brauche ich jetzt nochmal vier Klötzchen. Auch die werden wieder zusammengeleimt. Zwei für die Bodenplatte hinten und zwei für die Bodenplatte vorne vor unserem Stern. Verbinde zwei weitere als Deckel für die Rückseite. Und auf zwei der beiden Bretter, die wir jetzt hier vorbereitet haben, trage ich vorne jetzt nochmal so ein Holzklötzchen vorne an der Kante einfach aufsetzen. Das brauchen wir einmal für die Vorderseite und später noch für die Rückseite. Jetzt trocknen lassen und in der Zwischenzeit machen wir unseren wunderschönen Leuchtstern. Ich habe den einfach hinten durch dieses kleine gebohrte Loch gezogen und beginne jetzt damit, den Draht vorsichtig um die Nägel zu wickeln. Da ist es wirklich wichtig, dass man den Draht nicht zu spannt, sonst könnte er kaputt gehen, Schwachstellen bekommen oder gar reißen. Schaut auch, dass kein Strom auf dem Draht ist, während ihr arbeitet. Also die Batterien am besten rausnehmen und das nicht anmachen. Und schön jetzt hier gleichmäßig den LED-Draht spannen. Je dichter der Stern wird, desto hübscher und gleichmäßig leuchtet er. Das heißt, ich gehe immer so ein bisschen um die Seiten rum und über die Mitte. Und dann drücke ich den Draht so ein bisschen nach unten, damit ich an meinen Nägeln noch Platz habe, um in die Höhe zu arbeiten. Wie viel Draht ihr da habt, hängt natürlich von der Länge eurer Lichterkette ab. Das ist dann natürlich auch entscheidend, wie viel Draht ihr hier spannen könnt. Meine war jetzt relativ lang. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich viel, viel wickeln und so einen relativ dichten Stern machen. Ich habe jetzt vorne an der Seite, wo der Stern ist, schon mal eine der Holzleisten aufgeleimt, damit der stabil steht. Auf der Rückseite habe ich das Ganze nochmal mit einem Deckel verbunden. Also wir haben oben jetzt das quasi wie so ein kleines U, das ich hier gebaut habe aus den zwei verbleibenden Teilen. Und so kannst du ganz einfach jetzt hier die Lichterkette hinten verstecken und kommst aber immer noch super an die Batterien zum Wechseln ran. Vorne jetzt einfach noch so ein bisschen Tannengrün reinlegen und ein paar Kugeln und schon ist er fertig, der Leuchtstern. Das war's für heute von mir. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und würde mich sehr über einen kleinen Kommentar oder einen Daumen hoch von dir freuen. Natürlich darfst du auch sehr gerne meinen Kanal hier abonnieren, denn dann sehen wir uns in Kürze hier wieder. Freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Weihnachtszeit.